Liebe Pfadfinder aus ganz Süddeutschland, aus Mittlerrhein, aus Baden-Württemberg und aus Bayern. Wir sind hier gerade in Ostfiltern und wir machen gerade Musik. Das ist ja gerade die Bandprobe für das STV-Camp und ich zeige euch mal kurz, was da gerade so passiert. Habt ihr meinen Vorgeschmack? Ja, das ist gerade das Motto-Lied, das ihr hört vom STV-Camp. Das haben Leute aus Mittlerrhein geschrieben, ein ganz tolles Lied. Ihr könnt es auch im Internet runterladen, auf der Homepage der Adventjugend. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, viel Freude. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, aber irgendwann treffen wir uns beim STV-Camp und wir als Band, wir hoffen, ihr seid alle dabei und wir haben gemeinsam ganz viel Freude.